So, Jungs, aber wir haben 16 Uhr und das heißt Olympiade. 15.59 Uhr, fresse. Wir haben 16 Uhr. So, mal gucken, wie es bei den anderen aussieht. Geile Sau, aktiv. Okay. Scheiße, Digga, wirklich. Naja, machst du nichts. Tau am. So, macht jetzt mal den Call, Digga. Ich rufe es Jungs an. Oh, er macht, er macht, er macht. Geil. Er macht Introducer. Ey, ey, oh nein. Warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Digga, ich glaube, meine Mutter hat mein Setup aufgeräumt. Das Klopapier ist nicht mehr da. Und es sieht irgendwie sauberer aus. Aber ich weiß nicht, was genau anders aussieht. Aber ich glaube, sie hat mein Setup aufgeräumt. Okay. Ich rufe die alle an. Hallo. Was geht's ab, Alter? Yo, yo, yo. Hast du Bock auf die Olympiade mit Fabo? Ich hab, bro, ich hab richtig Bock auf diesen fetten Bastard, Alter. Ja, Digga. What the fuck, Digga? Shit, man. Cut, geh. Kurz ein bisschen zu ernst mit Worten. Oh, was liebst du Hund? Ja, Digga, er ist ein Hund. Er ist ein Hund, Digga. Er redakt hat recht. Er ist ein Hund. Heute war krass, Digga. Digga, heute war dein... Er wird sagen, ich red dir immer nach und so, weil ich ihn auf die ganze Zeit bleibe. Aber er war legit ein Bastard, Digga. Das ist meine Meinung. Er war ein Bastard heute. Digga, er will... Bro, seit fünf Tagen steht das fest, Junge. Er hat heute dreimal abgesagt und dreimal zugesagt. Hä? Digga, real talk. Er hat dreimal gesagt, ey, kaputt, er ist raus. Und dann hat er gesagt, dreimal, nein, ich mach doppelt, ich mach doppelt. Und dann hat er hunderttausende Sticker einfach reingeschickt, Digga. Irgendwelche Katzensticker, Hundesticker und hat gesagt, ich bin der Hund und er ist der Hund. Das war so dumm, Digga. Und das Einzige, wo er mitgeholfen hat, ist er... Du musst dir vorstellen, Digga, du machst so drei Vorschläge, ne? Ich mach Vorschläge, Bro. V-Ambu macht auf Alibi. Ja, Guess the Price und äh... Ja, also... Ja, das war's. Digga, Junge, also... Und Guess the Price hab ich... Zwei Minuten vorher vorgeschlagen, Digga. Und er sagt dann auch... Ja, äh, Guess the Price. Digga. Ja, ja, Guess the Price. Ja, mach Guess the Price rein, ja, ja, klar. Digga, alter, ist das... Was hat er noch... Da hat er reingeschrieben. 64 SG-Runde. Digga, das... Digga, er hat gar nicht verstanden, was wir machen. Digga. Digga. Äh? Bruder. Okay, das kann ich nicht vorlesen, leider, weil das ist einfach halt, ne? Das ist Bullshit. Was denn? Warte, ich... Wo er mich... Er hat ein Bild reingeschickt von mir und hat mich dann irgendwie beleidigt, weißt du? Tatsächlich. Kann man das sagen, ne, ne? Äh, zeig, schick mal, markier mal. Warte, ich... Warte, 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 warte. Digga. Hey, Fabo! Hallo, meine Freunde! Hey, Fabo! Was geht ab? Was geht ab? Ja, Mann! Seid ihr gut drauf? Ja, Bro! Ha, nein! Doch, ich bin richtig gut drauf, ja! Ja, Mann! Warum wirkt das so, als hättest du eine Maske auf, du? Nein, hab ich gar nicht! Ey, ich freu mich auf die Olympiade, weil die richtig geil durchgeplant wurden von jedem! Und ja, ich freu mich richtig drauf, jetzt! Ähm, warum können wir nicht Ultimate Chicken Horse spielen? Das passt ja in die Win-Challenge, oder? Wer war das? Wen hab ich grad nachgemacht? Check ich nicht. Check ich auch nicht. Ja, Fe... Hä? Ja, okay, das war auch dumm, aber er hat wenigstens versucht zu helfen. Ne, ich sag gar nichts. Hast recht. Nein, Fabo, die Karten sind gegen dich, was das angeht. Nix ist gegen mich. Die Karten spielen gegen dich. Ja, Fe... Also... Es spielt gar nichts gegen mich. Okay, okay. Okay, gut. Von mir aus liegt den ganzen Chat. Mach nicht. Nein, liegt nicht den Gedanken. Nein. Vertraue mir, was nicht. Das, was ich unter Wichtiger sein Bild geschrieben habe. Du meinst, du meinst das hier und das hier? Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Soll ich... Wenn wir das fieken, Dinger? Fabo, so eine Karriere ist vorbei, Dinger. Soll ich... Hä, warte mal, ist das schlimm, wenn ich... Nein, das soll ich... Hä? Ja... Also ist... Ich glaub, er wird den sich gekänzelt, aber... Wir sollten's, glaub ich, auch nicht zeigen. Hä? Dinger, aber... Also... Ich bin auch... Ja! Aber ey, Fabo, du hast kein Problem damit, wenn ich alles leake. Außer vielleicht die Nachricht bei Wichtiger hier. Hä? Und du hast kein Problem... Es gab auch einen Sticker, den du nicht leaken solltest. Ah, der meint den Pinguin? Ja. Hä? Ne, der ist ja gelöscht. Du hast ihn gelöscht? Also, ich weiß nicht, welchen Sticker ihr meint. Warte, du hast ihn mir 10 Mal geschickt per WhatsApp. Warte. Nein! Fabo, der Untergang. Also, ich... Leute, wir sammeln alle Beweise, wir lassen Fabo kämpfen. Nein, 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 ich mach einfach nur eine Zusammenfassung und Fabo, du sagst einfach, ob das deiner Meinung nach stimmt, okay? Okay, warte, ich scrolle jetzt sogar hoch bis gestern, was ihr gestern geschrieben habt. Guck mal, das war am Freitag. Pass auf, ich fick euch jetzt hier. Du fickst gar... Leute! Guck mal, du hast am Samstag geschrieben... Leute, Leute! ...ne Liste an Spiele. Um 21 Uhr auch, by the way. 21.30 Uhr hast du das reingeschickt. Alter, crazy Uhrzeit, Mann. Das sind alle am Schlafen. Ja, ich war schon im Bett, deswegen... Dann hast du geschrieben, hat wer noch Ideen? Wichtiger schreibt Fabo Kicken, du schreibst W. Das war die ganze Konversation am Samstag. Und dann werde ich geflamed, dass ich nicht geschrieben habe am Samstag. Wollt ihr mich schicken? Nein, 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 Fabo. Ich flam mich nur für heute. Für unser Allgemein. Weil du... Mann, komm auf kurz. Du kannst dieses... Guck mal, und dann gerade den ganzen Sonntag wurde nix geschrieben. Und um 22 Uhr schreibt Wichtiger ein paar Spiele rein. Dann sind fünf Nachrichten und Sonntag auch kaputt. Nix am Boden. Hab doch mal vom Sonntag geschrieben. Fabo, Fabo, guck mal. Wir haben... Okay, ist vielleicht ein bisschen auf schnell, aber... Und dann schreibst du am Sonntag, äh, heute, um 11.30 Uhr fängst du an, die Spiele in die Gruppe zu schreiben. Und du willst mir sagen, ich hab das nicht beigetragen, wenn ihr fünf Stunden lauft... Anfängt. Ein Instrument. Wichtiger. Hör mal den Retalk auf. Ich fick Fabo jetzt. Komm, red weiter, Fabo. Für was flam ich dich? Komm, sag. Fabo, guck mal. Ja, okay. Ich hab geschrieben heute. Ich hab heute angefangen, richtig zu planen. Okay? Das stimmt. Ja. Und wir haben alle angefangen, der Einzige, guck mal, ich schreib die ganze Zeit Sachen rein und der Einzige, der nicht mitgeholfen hat und nur reingetrollt hat und beleidigt hat, warst du. Ne. Natürlich. Ich klär, ich klär das jetzt. Fabo, was heißt Feuer auf Englisch? Feuer. Leg man Haier. Guck mal, du hättest ja einfach sagen können, ne, kein Bock mehr, ich geh jetzt. Das hast du, das hast du dreimal geschrieben und da hab ich. Ja, weil du die ganze Zeit mad warst und ich dich dann getrollt hab und ich noch mehr mad gemacht hab. Guck mal, wie sauer du grad bist. Digga. Fabo. Fick, hab ich gekfickt. Nein. Digga, und dann hab ich irgendwann auf serious gesagt, ja du bist raus. Guck mal, ich hab sogar geschrieben, du Hulsohn. Ich hab geschrieben, wir losen Teams einfach und dann schreibst du losen können wir auch geiler call. Ich hab sogar mitge... Du kleiner Hulsohn. Du kommst mit einzelnen Sachen, Bro. Das Einzige, was ich von dir wollte ist... Ja, okay. Ich programmier einfach die ganze Winchall, ich mach noch nen Banner, mach ne Grafik, ich mach alles. Mein Bruder. Das Einzige, was wirklich, Fabo, das größte, was abfuckt ist, sagen wir mal, ich stell dir ne Frage so. Hey, hast du morgen um 16 Uhr Zeit? Ich habe déjà vu. So was gab's schon mal, oder? Ja. Aber dann schreibst du nicht die Antwort, die wir brauchen, und dann müssen wir das... Okay, sag mir, mach ein Screenshot aus der Gruppe, wo genau das so war. Ich fühl mich, als würde ich auf dem Boden stehen und dich anbetteln, dass du mir eine Antwort gibst. Mach ein Screenshot aus der Gruppe, wo es so war. Nein, Fabo, Fabo, nein, lass mich kurz reden, lass mich kurz reden, lass mich kurz reden, lass mich kurz reden. Digga, Fabo, ich habe dir, ich habe dich dreimal gefragt, hast du Bock, kannst du mal serious reden, kannst du mal aufhören zu tollen? Digga, du hast mir keine Antwort gegeben, du hast nur Sticker reingeschickt, nur! Ich habe einen Hund reingeschickt, der aussieht wie ein Boss und einen mit schiefen Kiefer. Ja, und da hast du gleich... Ich sehe das aus! Ja, du hast nur reingetrollt, Bro! What the fuck? Fabo, ich habe... Okay, Fabo, Fabo, ich habe geschrieben, Tamam, dann 17 Uhr Olympiade, nicht später, sonst hocken wir bis 3 Uhr da, und du hast 45 mal diesen scheiß Naruto Run reingeschickt. Digga, ich... Meine Fähigkeit, liege ich alles aus dem Chat. Ich kann alles aus dem Chat liegen. 17 Uhr, ja oder nein, ich schreibe Tamam. Da habe ich doch geantwortet, und danach habe ich die Sticker geschickt. Ihr wollt einfach meinen Downfall? Digga, ich lege den ganzen Chat und dann ist dein Downfall da, Bro! Leute, wir gehen jetzt von Nachricht von Nachricht von Runden durch. Wir losen jetzt, wir scheißen drauf, wir losen die Teams... Nein, 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 nein! Wir können ruhig den Chat... Wir können den Chat ruhig zeigen, wie Fabo weite. Er ist ja im Recht anscheinend. Ey, ich will den Chat zeigen, bitte! Ja, ich bin auch dafür, dass wir den Chat zeigen. Fabo, wenn du dir so sicher bist, dann können wir gerne den Chat zeigen. Okay, hoch übertrag, übertrag auf Discord! Warte mal, übertrag mal noch nicht. Er geht schon durch und löscht die Nachrichten, Digga! Mann, Digga! Komm, ich nehme mal einen Part raus, okay? Okay! Übertrag das bitte! Fabo, willst du überhaupt mitmachen? Nein, mach ich nicht! Fabo, willst du überhaupt mitmachen? In Klammern, Serious-Frage! So, dann schreibst du unter dieser Frage einen Katzen-Sticker! Und dann hab ich geschrieben, weil du trollst legit nur, ich mein's ernst! Dann schreibst du wieder einen Sticker! Dann hast du wieder einen Sticker geschrieben! Dann hab ich geschrieben, das ist halt nicht cool! Dann hab ich auch einen Sticker geschrieben! Ja! Aha! Aha! Ja! Das ist halt nicht cool! Und dann so eine Katze, die so steht! Diese Bananen-Katze! Diese Bananen-Katze da! Ja, da lag ich aber schon eine halbe Stunde im Bett und hab ich totgelacht, weil die so dumm sei! Dann hab ich irgendwann nochmal geschrieben, Fabo, gib mal bitte Antwort! Dann hast du 1, 2, 3, 4, 5, 17 oder was Faisa gesagt hat, People Runs geschrieben! Dann hab ich geschrieben, Mann, Digga, weinender Emoji! Ja, du hast gelacht, das war ja lustig dann! Nein, das war, ich hab keinen Bock mehr! Dann hast du geschrieben, zu meiner Antwort, Fabo, sag mal was! Was?! Dann hab ich geschrieben, ja warum trollst du ganze Zeit und hilfst null mit! Dann hast du geschrieben, Digga, ich war gestern den ganzen Tag unterwegs! Und dann wieder Sticker! Dann hab ich geschrieben, hä und jetzt? Also gestern ist nicht heute und genug Energie zum Trollen hast du ja anscheinend! Da hast du einen Inchala-Sticker geschickt! Guck mal, was soll ich denn bitte mithelfen, wenn der eine sagt, er will keinen Fortnite spielen und der andere? Nein, nein, nein! Das war schon längst vom Tisch! Ich hab nichts gesagt, Fabo! Das war schon längst vom Tisch wieder weg! Und dann hat Wichtiger noch dazu geschrieben, ich war in der Schule und hab mehr geholfen! Und dann hast du geschrieben, ja genau, der hockt im Kindergarten und schreibt Spiele in der WhatsApp-Gruppe! Dann hab ich geschrieben, ja Bro, und du schaffst das nicht mal von zu Hause, benimmst dich wie jemand, der im Kindergarten ist, hä? Dann hast du wieder einen Sticker geschickt, Digga! Zeig mal den Sticker, der ist krass! Zeig mal den Sticker, der ist krass! Zeig, zeig, zeig! Ich seh den gerade nicht! Zeig mal den Sticker, der ist crazy! Das warst du einfach! Und da hast du wieder zwei Sticker geschrieben! Dann hab ich... Dann hab ich geschrieben, ja gut, hast du was dazu zu sagen? Und dann war da irgendwie diese Nachricht, wo du gelöscht hast, was war da? Verrate ich nicht! War das der Sticker-Vorum? Es war der Sticker, ich weiß es besser! Kennt keinen Sticker! Fabo, das ist doch keine kritischen Sticker auf deinem Handy, oder? Nö! Warum hast du mich überhaupt auf Wahl angespeichert, Hugo? Wenn wir doch Freunde sind, würdest du mich doch nicht als fetten Wahl bezeichnen, oder? Bro, also nach heute sind wir auf gar keinen Fall mehr Freunde! Bohohohoho! Jaaa! Digga, heute warst du respektlos, sag ich so wie es ist! Nucke? Nucke? Ähm, ja, aber wollen wir spielen, werte Freunde? Ey, ja, aber ich mach die Olympiade heute nur mit, wenn nicht Hugo die Teams auslost! Nein, 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 wir machen... Lass einfach safe machen, dass ihr bei dem Team seid! Ne, äh, wir losen schon aus! Aber, äh, nicht Hugo loslost aus! Ja! Okay, Fabo, dann musst du aus! Warum nicht ich? Ich hab da, ich hab ein Rad ready gemacht! Ja, ja, weil du... Ja, dann zeig mal, dann zeig mal das Rad! Ne, nein, nein! Hier ist das Rad, Hugo! Nein, 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 nein! Zeig das Rad! Wenn wir über das Rad von Hugo die Teams auslosen, dann machen wir nicht mit! Hier ist das Rad! Team 1! Hugo Feister! Achso, nein, nein! Ich spinne, ich spinne! Okay! Nein, ich spinne! Oh, Hugo! Oh, mein Gott! Okay! Ich spinne noch weiter! Ja, okay, ich spinne weiter! Wir losen nicht über dieses Rad! FALTER! Wir sind dein Team! Let's go, Digga! Oh, ich los weiter, weiter! Oh, Fabo! Okay, okay, wer ist noch? Digga, diese Website ist so scheiße! Wicht, Digga! Dieses Rad dreht sich mit 2 FPS! Krass, Digga! Wir werden nicht über dieses Rad die Teams auslosen! Geh hier auf der Stelle offline! Fabo, mach deinen Stream an und dann... Nein, ich mach... Ich mach... Nein, nein! Du machst nicht! Feister oder Wichtiger machen! Guck mal, wie cringe du bist, dass du mir jetzt nicht... Bruder, ich hab ganz normale Seite jetzt offen, Digga! Nein! Mann, bist du ein Opfer! Du fuckst mich so... Feister macht Simon und roll! Alter! Hugo, roll du! Nein, Feister macht! Jungs, ich bin weg! Mann, Digga! Ja, Digga, bitte ist er weg, Alter! So, ich mach jetzt! Nein, Feister macht! Hugo, nee, ich mach Fabo! Wichtiger! Ich geh offline! Ja, geh offline! Kein Problem! Ich hab möglichst nichts dagegen, Bro! Okay, okay! Dreh am Rad! Digga, wenn ich mit Fabo bin, ich spring legit aus dem Fenster! Das wär so geil! Boah! Hast du alle Games schon auf dem Rad geschrieben, by the way? Nee, hab ich schon, den mach ich gleich! Oh, shit! Ja, dann lass das gleich machen zusammen! Okay! Wer ist mit wem in dem Team? Ich... Warte, willst du... Mach Discord-Vertragung an! Warte, bevor... Achso, hat er! Bevor wir, ähm... Nee, du machst schon wieder irgendwas! Nee, bevor wir jetzt die Teams auslosen! Machen wir um Subs? Ähm... Ähm... Bestrafung von... Bestrafung, Bestrafung, wirklich geiler! Die Bestrafung ist, die Verlierer trinken beide einen Schluck Kamelpisse! Nein! Die ganze Skippe die Toilet-Lore! Nein, wir spielen um Subs! Ja, natürlich, natürlich! Das haben wir auch vor drei Tagen schon gemacht, als wir die Gruppe aufgemacht haben! Ja, dich juckt Geld natürlich nicht! Deswegen können wir um Subs machen! Ja, dann... Guck mal, sagt der nichts mehr! Skippe die Toilet-Stream! Was ist das? Ja, wahrscheinlich die ganze... Die ganze Film schauen! Ja, das wär keine Bestrafung für mich! Ich bin nackt! Ich bin nackt! Ja, lass uns Subs machen! Wie viel? Es muss wehtun! Och... Digga! Ja, 10 von dir! Dann lass 20 machen! Dann lass 20 machen! 20 jeder! Nee, 20 mach ich nicht! Och, Mann! Zehnt haben wir! Ja, ihr habt alle über tausend Viewer, schaltet halt einmal Werbung! Digga! Du verdienst mittlerweile auch deinen Hack! Ja, aber Bruder, trotzdem muss man seinen Hack ja nicht ausgeben! Bist du blöd? Richtig! Digga, für Content natürlich! Reinvestieren in Content! Fabo, du bist der Erste, der die ganze Zeit mit Geld spart, Digga! Re-Talk, das stimmt auch wieder! Das ist low! Bruder, ich... Fabo hat irgendwie 8 Millionen Euro auf dem Konto und der gibt nicht einmal Essen aus, Digga! Einmal hat er mir Essen ausgegeben! Habibi! Digga, ich... ich hasse aus! Es ist September! Es ist September! Die Subs sind billiger! Tamam! 15! Wir machen 20, komm! Boah, tschüss! 20 geht einfach schon! Hugo, du schulst mit 30 Euro? Hä? Achso! Hast recht! Man, dann spielen wir halt... Wir Subs sind nicht billiger! Wir spielen halt um Fuffi und wir geben uns demnächst mal, wenn wir uns in Re-Life sehen in Klammern, wir geben uns das Geld einfach nicht! Oh ja! Okay! Lass um 1000 Euro machen und wir machen ein Re-Life geben! Nein! Lass 20 Subs machen! Nee! 10! 10 pro Person! Hat jemand ne VPM bevor wir starten? Digga! Nächstes Woche hol ich mir andere... Alter! Ich... ich... ich halte es nicht mehr aus! Lass 15 machen! 20! 10! Ja! Dann lass 10 machen! Dann machen wir 10! Ja! Dann machen wir 10! Wir machen 10! Okay! Das war ein lustiger Sub-Gift von Ihrem Chat, aber... Wir machen... 20 bei einer Win-Challenge, die 8 Stunden geht! Sorry! Okay! Dann machen wir 10! Wir machen 10 Subs! Nee! Wisst ihr was? Was? Ich hab ne bessere Idee! Mann, jetzt macht ihr wieder sein Scam-Rad auf! Nein! Mach ich nicht! Wir lassen das Glücksrad entscheiden, wie viele Subs! Die beiden Verlierer, wir machen einen Bosskart! Oh mein Gott! Mach so 1 bis 100 alles! Nein, Bro! Hugo! Ich muss dir da mal Props geben! Das ist ne gute Idee mit dem Glücksrad die Subs auszulosen! So! Wie viel soll ich reinschreiben bei den Subs? Oh! Sagst du nicht Danke, Mann! Dankeschön! Ich bin einmal nett! Mach 15, 15, 20, 25... Mach 100! Mach 100! Mach 100! Mach 100! Mach mal 100 rein, komm! Mach mal 100 rein, ja! Okay! Okay! Nein! Ich werde nicht 100 Subs giften! Ich bin nur dabei, wenn wir 30 noch rausmachen und 100 drin lassen! Okay! Lass machen! Ich bin nicht dabei, wenn wir 100 Subs dabei haben! Dann machen wir 100 weg! Ich wäre bei 50 dabei! Einfach schon! Wenn du das machst, bin ich raus! Mach 25 noch dazwischen! Nein! Das war schon so! Mach 100! 25 muss! Ja! ReTalk 50 muss eigentlich noch rein! Ja! Das ist so Millionär! Leute! Vergesst nicht! Wenn man 100 Subs giftet, spart man 100 Euro! Bis... Zuvor... Wir spielen fucking Fortnite! Ah ne! Ich hab vergessen! Wir spielen Stumbleguys! Dann passt 50 Subs! Digga! ReTalk! Das, was Dennergy reinschreibt! Alle rein schon! Die machen so! Feißer! Du verdienst mittlerweile ReTalk auch deinen Hack! Und für Content kann man ein bisschen Subs investieren! Dennergy Abi hat recht! Aber 50 ist eh... Digga! Dennergy hat mich betrunken! Dreh am Rad! Dreh am Rad! Dreh am Rad! Dreh am Rad! Dreh am Rad jetzt! Drei! Zwei! Warte mal! Ich könnte nicht zustimmen! Ich schon! Ich hab zugestimmt! Guck mal! Jetzt kommt 50 und dann ist es over! Ach Digga! Wie low! Weißer hat nicht zugestimmt! Wir müssen nochmal drehen! 20! 20 auch zu viel! Lass einfach reingehen! 20! Machen wir jetzt so! Wer ist mit wem im Team? Warte mal! Warte mal! Lad mal die Seite neu! Oh mein Gott! Haha! Du musst nochmal eingehen! Du Idiot! Du musst nochmal alle Namen hinschreiben! Digga! Das sind 100 Euro! So! Wir machen jetzt! Wer ist mit wem im Team? Ey! Oh mein Gott! Ich hab Angst Leute! Oh nein! Mach meinen Namen raus! Mach meinen Namen raus! Mach meinen Namen raus! Ey Leute! Mach meinen Namen raus! Mach meinen Namen raus! Mach meinen Namen raus! Nein! Hugo, warte kurz! Ich kann es gerade nicht! Ich kann es gerade nicht aushalten! Der, der Fabo hat es verloren! Oh mein Gott! Ich bin der beste Gamer von uns allen! Halt mal die Fresse! Digga bitte! Ich drücke jetzt! Ich drücke jetzt! Dreh! 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 anklopfen oder zu zweit jeweils? Ja, das ist zu viert anklopfen. Okay, das ist zu viert. Okay, ich klopfe alle an einmal. Bin drin. Warte, dann muss ich bei Wichtiger einfach... Bin drin. Nee, warte, ich klopfe euch alle an. Ja, ja, und dann muss ich einmal zurück einfach. Was? Tamam. Hab angeklopft. Ah, warte, warte. Warte, ich nehme an, glaube ich. Bin drin. Was muss ich machen? Wo muss ich hin? Okay, warte. Feist du vielleicht nicht ein, Baby? Da. Ich lade nicht ein, ich lade nicht ein, Baby. Feist du, Baby, und nicht mich? Wir sind ein Team. Wo mache ich das? Wo nehme ich an? Warte, warte, warte. Alter, bist du sauernd, Mann. Nein, Realtalk, ihr checkt nicht. Ihr checkt wirklich nicht. Es ist wirklich anstrengend, Digga. Es war Offstream schon, es war Offstream auf jeden Fall hundervoll anstrengender als jetzt, aber, Digga, jetzt ist ein Bruder. Digga, ist eine Olympiade mit solchen Leuten, also, Digga, eine Olympiade in der Gruppe zu planen ist, Digga, Level 100. So geht es, Basti, immer mit euch. Ja, Realtalk, ich. Okay, okay, Punkt für dich, Realtalk. Du hast eine Arme, Rhythm zugefügt, Wichtiger, du hast...